Das Besondere ist, dass wir hier all unsere Gerichte frisch vorbereiten und sie werden dann auch hier an der Theke zur Schau gestellt, die dann auch hier an unserem Ocak-Basche, quasi unser Grill, zubereitet werden. Wir haben auch Teiggerichte, die dann bei uns im Lehmofen vorbereitet werden. Jetzt festhalten bitte. Jetzt. Eins, zwei. Wow. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de www.topfgucker-tv.de